Ja, Hallihallöchen und ich heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Folge von meine Minecraft auf Überleben Projekt. Liebe Leute, ich bin noch immer da. Ja, wir haben in der letzten Folge leider klar unsere unglaublich vielen Sachen verloren. Was ich nachtrauere ist auf jeden Fall einmal, dass wir das Lapis verloren haben. Fürs Verzaubern. Das ist das, dem ich halt nachtrauere ein bisschen. Hier haben wir das Bettchen oben. Ich werde jetzt einmal rausmarschieren aus der Mine. Ja, wie ist es passiert? Also, leider Gottes ist es ja passiert, weil ich mich verirrt habe und dann zu riskant mich versucht habe nach oben zu bauen. Ja, dann bin ich gestürzt, tot. Ja, und dann habe ich nicht mehr hingefunden, weil ich mich ja schon verirrt gehabt habe. Ja, oder bin ich nicht mehr hingekommen? Ich war ja auf einem guten Weg, aber ich bin nie hingekommen, nie zurückgekommen. Ähm, egal jetzt. Äh, leider Gottes müssen wir das abhacken. Oh, Leute. Schade, oder? Wahnsinn. Äh, ja, hier eh da. Passt. Ich muss mich da einmal zurechtfinden, Leute. Schade, äh, falsch. Schade, 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 schade finde ich das. Ähm, jedes Mal ver... Ah, hier. Jedes Mal verpasse ich den Aufgang hier. So, wir können... Äh, wir sollten aber schlafen. Hier ist es ausgeleuchtet, hier können wir sogar schlafen. Meine Gott, Leute. Ja, ja. Hundertmal gestorben, ich habe keine Verzauberungspunkte mehr. Somit müssen wir leider Gottes auch das verzaubern und den Zauberraum verschieben. Ist egal. Ja, es ist einfach so. Sicher traue ich dem Ganzen nach, aber jetzt die ganze Zeit nur zu jammern ist auch sinnlos. Wir werden weitermachen. Wir haben oben einiges noch. Eisen haben wir zwar jetzt da nicht mehr viel. Schätze ich einmal. Somit müssen wir weitergraben. Was haben wir noch an Eisen hier? Eisen, 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 Eisen. Hier haben wir Kupfer. Eisen haben wir da überhaupt nicht. Leute, adios. Haben wir hier? Leute, wir haben gar kein Eisen mehr. Das gibt es aber jetzt nicht. Ja, wir haben alles an Eisen verloren. Oder bin ich einfach nur blind? Ja, ich bin... Nein, ich bin nicht blind. Wir haben kein Eisen mehr. Ja, sammeln, Leute. Leute, Leute, Leute. Das ist natürlich doof, ne? Äh, plötzlich. Gut. Somit. Alles, was ich mal brauche, hier reinlegen. Ich brauche wieder eine Werkbank zum Reisen. Das ist ja kein Problem. Habe ich doch immer. Ja, das kann ich ja immer wieder machen. Aber Eisen fällt. Leute, das heißt, wir müssen uns eine Holzspitzsacke bauen. Steinspitzsacke. Äh, wir brauchen Stöcke. Da brauchen wir genügend. Mal einen 64er-Stack Stöcke. Ja, Bruchsteine. Schade, schade. Wir müssen alles noch einmal machen. Egal. Gut. Wir bauen uns einmal, leider Gottes, einmal eine Steinspitzsacke. Oder mehrere. Einmal. Zweimal. Ich hoffe, dass wir dann Eisen finden. Jo, dann bauen wir uns... Äh, warum baue ich nicht gleich weiter? Einmal eine Schaufel. Dann eine Axt. Alles, was wir so brauchen. Fertig. So. Und wir gehen wieder graben. Leute. Schade. Ja, wir gehen hier unten graben. Richtig gehört. Äh, gesehen. Leute, ich finde es so bitter. Verirrst du dich ein einziges Mal? Nur ein einziges Mal? Also, das ist schon bitter, ja? So, wie spät ist es? Ja, eine Folge geht sich jetzt noch aus. Das wäre dann die 13, 14 dritte Folge. Dann, ja, müsste ich diese Session dann... Ja, entweder Pause. Au! Puh, Leute. Au! Boah, da geht's zu. Leute! Ja, komm doch. Wie kommst du da her? Sterbe ich wieder? Ja, natürlich. Zehn Skelette auf einmal. Was ist denn da los, Leute? Leute. Nö. Nö. Leute. Ist das ein Scherz? Hab ich nicht. Den wieder ein Schicksalbett abgebaut habe. Das ist jetzt blöd. Also, da geht jetzt im Moment überhaupt nichts. Natürlich finde ich jetzt meine Heimat nicht mehr. Das war ja eigentlich irgendwie... ...doof. Leute, ich bin gerade am Verzweifeln, Leute. Echt jetzt. Was läuft hier in den letzten Folgen schief? Angefangen hat es mit der Mine. Ja, ich habe nicht einmal... ...meine Koordinaten. Ja, was soll ich machen, Leute? Irgendwie... ...finde ich das jetzt doof ein bisschen. Ach Gott. Was kann alles schief gehen? Ich seh... ...ich finde meine Heimat nicht mehr. Ich glaube, das habe ich damals ja schon erlebt. Irgendwie habe ich ein Déjà-vue-Gefühl. Ich glaube, das habe ich damals ja schon erlebt. Aber ich nicht auf diesem Kanal, glaube ich. Na, das ist jetzt da wirklich doof. Ich probiere mal was. Äh... Game... ...Mode... ...Creative... So, Leute, Entschuldigung. Ich muss das jetzt machen. Ich muss fliegen. Ich muss meine... ...meine... ...meine... ...unbedingt meine Heimat wiederfinden. Wie weit war ich denn da entfernt? Leute! Ich habe es gefunden! Na bitte! Gott sei Dank! Leute! Gott sei Dank! Also... ...das... ...war jetzt... ...Glück, Leute! Ich habe Glück gehabt! Super! Somit... ...Gamemode... ...Survival... ...Passt! Super! Toll! Gott sei Dank! Und ich muss schnell jetzt einmal... ...mich spawnen. Äh, spawnen. Wieder Einschickspunkt setzen. So! Und jetzt! Niemals darf ich das mehr vergessen. Es geht so viel schief in letzter Zeit. Das ist nicht mehr normal. Ich habe ja jetzt noch ein paar Sachen gehabt. Wir haben eh schon das meiste verloren. Aber zumindestens... ...das, was noch in der Truhe ist, ist noch drin. Fertig. Äh... Ah, hier. Ich vergesse es jedes Mal. Da ist ja ein Skelett gewesen, ne? Hier. Habe ich mal die paar Sachen, die ich noch gehabt habe mit dem Bett und keine Ahnung. So. Eisen! Ich brauche Eisen. Das suche ich jetzt mehr als je zuvor. Ein Stück. Super! Danke, Mojang! Leute! Ich finde es einfach unglaublich. Elf Uhr ist schon. Ja, das ist jetzt die letzte Episode, wird das sein. Dann muss ich meine Kinder abholen. Wow! Ah, ja, die sind eh nicht schwer. Die Skelette sind doof. Boah, hier müssen wir alles noch einmal farmen. Aber das werde ich machen. Ist mir egal, ob ich jetzt wieder in die Mine gehe. Verirren darf ich mich nicht wieder. Verirren darf ich mich nicht wieder. Ja, ich muss auch alles sammeln, was ich bis jetzt gesammelt habe. Und da ist auch die Rit. Ich habe Lapis. Kann ich das eigentlich? Ich kann das nur mit einer Eisenspitzsacke machen, Lapis. Egal, ich weiß, wo das ist. Ich glaube, man kann Lapis nur mit Eisenspitzsacke abbauen. Das ist egal. Haben wir eigentlich Eisen nur ein Stück? Genau. Da baue ich mich aber jetzt drauf. Interessiert mich nicht. Ich brauche Eisen, Leute. Mehr als je zuvor. Sehr gut. So, Eisen. Ja, fertig. Das war es schon. Kohle. Ja, Leute. So ist das. Es kann passieren. Bei Minecraft kann viel passieren, wenn man nicht Acht gibt. Ja. Wenn ich da aufpasste, eben strafft das Leben. Somit kann ich Fackeln auch schon bauen. Hier muss ich mal aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Ja, cool. Da habe ich da wieder einiges. Ja, ich weiß, wo Lapis ist. Das ist gut. Somit hätten wir auch das Lapis wieder. Ja. Ja, man darf sich in der Miene nicht verirren. So, haben wir da alles? Ja, passt. So, wir können uns runterbauen. So, und wir können jetzt auch schon Eisen schmelzen, ne? Äh, Ofen. Nö, nö, da kann ich einmal einen Ofen bauen. So, einen Ofen. Da werde ich auf jeden Fall einmal das Eisen braten. So, Kohle rein. Und die drei Eisenstücke. Die werde ich braten, weil... Ja, das... Äh, habe ich keine... Achso, ja, habe ich eh. Puh, Gott sei Dank. Habe ich eh. Es ist gefährlich, diese Höhle überhaupt. Es gibt eh immer wieder überall Eisen, aber... Ich habe so viel schon gehabt. Über einen Stack. Fast sicher schon einen Halbstack. War es schon 13 Minuten? Aufgenommen. Fast 14. Wahnsinn. So, letztes Eisenstück. Da kann ich mir eine Spitzhacke machen aus Eisen. Und sehr gut. Kohle raus. Ofen abbauen. Dankeschön. So, wir haben jetzt eine... Äh, ja, ich brauche eine Eisenspitzhacke auch noch. Oh, scheiße, ne? So, eine Eisenspitzhacke kann ich mir eine nehmen. Zack. Fertig. So, und da baue ich mir jetzt... Das Lapis ab. Wo ist das jetzt? Da. Waren auch nur ein paar Stück. Das gibt es ja nicht. Ja, wurscht. Aber wir haben 10. 10 Stück. Was haben wir da jetzt? Das würde ich auch wieder abbauen. Ich weiß nicht, was man aus dem machen kann. Da habe ich keine Ahnung. Ja, turbulente Folgen in letzter Zeit. Natürlich bitter, wenn ich bedenke, was ich alles abgelootet habe in der Mine. Ja, das ist natürlich bitter. Ja, ich hasse dieses Abbaugeräusch von diesen Steinen hier. Steine, ja. Ich habe jedoch genügend Steine oben. Also, ich muss wirklich aufpassen. Darf mich nicht rausbringen lassen, wenn ich in der Mine bin. Ich mag Minen wirklich sehr gerne, aber sie sind brandgefährlich. Und das ist schon wieder doof, ne? Ja, da oben gehen wir hin. Ich stelle da das Bett wieder hin. Und das bleibt bei der Mine jetzt. Ende, Punkt, aus. Zack. Ah, da kann man schlafen, kann ich jetzt auch. Wahnsinn. Was, 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 was? Ha, Eisen. Ja. Ein paar Stück wenigstens. Toll. Das habe ich einfach übersehen damals. Was soll das? Äh. Nö. Ja. Welche Höhe bin ich eigentlich? 19. Ah, ist ja noch ziemlich auf dieser Höhe, ne? Na, Dias habe ich eh schon ein paar gefunden. Hier unten, da kann ich da eigentlich, da dürfte ich jetzt normalerweise auch für 12 sein. Das ist Dias Höhe, Leute. Ich könnte auch, äh, Strip Minden machen. Mach ich mal da rein, weil jetzt bin ich gerade in der Höhe, wo ich Dias finden kann. Und Eisen, Leute. Jawohl. Zum Glück bin ich jetzt nicht weitergegangen, Leute. Ich will das Eisen haben. So, Erde habe ich natürlich jetzt nicht mehr mit. Das ist logisch. Für Horst, die darf jetzt keine Eisen geben. Ah. Darf jetzt keine Erde geben, oder was? Dora, aus. Hundi, 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 womit? Wo ist denn? Ja, wieder Lapis. Dora, aus. No. Dora, mein Hund bellt gerade. Ah, ich muss kurz schauen. Ich muss kurz schauen. Ich muss kurz schauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020